Hallo Leute, mein Name ist BytePlays und wir haben den ersten Meilenstein von diesem Kanal erreicht, nämlich 10 Abonnenten. Ich meine, das ist doch schon mal etwas. Und ich wollte euch einfach mal dafür danken, für die 10 Leute, die mich aus irgendeinem Grund abonniert haben. Und deswegen spielen wir, wenn wir das ein bisschen zu feiern, spielen wir heute mal nicht Minecraft oder sonst was, sondern ein bisschen Team Fortress. Wir spielen, wir essen einfach mal mit dem klassischen, wie heißt's, was ist's, ich bin zu dumm für sowas, mit dem klassischen Kontrollpunkte. Eigentlich wollte ich ja verteidigen und, Angriff verteidigen, hier ist es doch. Mensch, echt. Okay, wir joinen da einfach mal. Und ich wollte euch einfach mal danken, dafür, dass ich jetzt 10 Abonnenten habe. Und ich hoffe, wir können diese Community noch ein bisschen mehr vergrößern. Also, wie schon gesagt, ich danke euch sehr dafür. Und ich meine, wir spielen jetzt einfach mal ein bisschen was anderes, nur um das ein bisschen zu feiern. Also, ich spiele sehr viel Team Fortress. Das sieht man vielleicht schon an den Werten. Ich habe 15 Stunden allein als Sniper gespielt. Und das nur bei den normalen Spielen, ähm, bei den normalen, ähm, bei den normalen Maps, also nicht bei MVM oder so. Also, wenn es ihr euch mit Team Fortress auskennt. Ähm, ich habe heute eine Runde, ähm, MVM gezockt, halt, wo man dann auch was gewinnen kann am Ende. Was kriege ich? Ich kriege weder eine Botkillerwaffe noch sonst was, sondern einen Blutsauger. Den verdammten Blutsauger. Und wir haben irgendwie für die letzte Welle, äh, 15 Versuche gebraucht oder so. Also, ich spiele hier einfach mal als Scout. Und ich muss euch gleich mal, äh, warnen. Ich bin nicht übermäßig gut in dem Spiel. Und mir fällt gerade ein, dass ich die Uhr noch nicht gestellt habe. So, hallo. Sind hier Bots? Ah, ich muss den Timer stellen. Äh, ich vergesse das immer wieder. Und dann werden, ich weiß nicht wann, ich auf uns, ich denke mal, wir sind jetzt schon so. Ähm, wow. Fuck. Wow! What the? What the fuck? Tot. What the fuck? What the fuck? Okay, Pisse. Danke. Danke dafür. Wir sind Schotty-Mode, ja. Ähm. Was? What did that for a map? Stop. Okay, passt. Passt. Jetzt ist eigentlich jedenfalls den Timer schon mal da. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den, ähm, in-game-Chat an. Nee, habe ich nicht. Okay, passt. Okay. Tot. Oh. Fack. Fuck. Was sonst? Wut. 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 Okay, also. Äh, wie schon gesagt, ich würde euch einfach mal dafür danken für 10 Abonnenten. Das ist schon mal richtig toll. Weil ich hätte nie gedacht, dass ich dort irgendjemanden dazu, äh, dass irgendjemanden auf dem Kanal abonnieren würde. Wollte ich nur mal so sagen. Ich hätte echt gedacht, dass es ja irgendwie so ein Kanal, den niemand anschaut. Aber anscheinend doch. Finde ich gut. Das stört dieser Mini-Suntory. Hallo. 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 Jedenfalls habe ich schon mal die Todzeit, ähm, überlebt. Okay. Der Server ist bereit, Aufnahmen aufzuzzeichnen. Ich mache einfach mal... Näh, näh. Okay. Okay, oh, diese Map. Also, diese Map ist eigentlich ganz simpel. Äh, wir müssen die Typen davon abhalten, hier diesen Punkt einzurichten. Ich meine, erst einmal, ihr wisst wahrscheinlich alle, wie Team Fortress funktioniert. Und ich meine, ich habe diese Waffen hier. Piu, piu, piu. Die... Die sollte mir eigentlich extra Leben geben. Soweit ich weiß. Ich kann schwören, dass diese Waffe mir eigentlich immer 25 Leben extra gegeben hat. Alter, sterbt. Puh. Alter, fuck. Wir dürfen sie gar nicht... Ah! Hä? Hä? Wie kann man einen mit dem Original One-Shotten? Schauen wir uns eh mal zu. Wow. Feed the Viking. Vielleicht gibt es hier eine... Ich probiere mal Sniper. Ich will euch einfach mal die ganzen Klassen zeigen. Ich hatte schon vor lange Zeit vor, das aufzunehmen, aber dann hat die auch noch nicht geklappt. Ich meine, wir kriegen eh nicht viel mehr in dieser Folge hin. Von dem her... Von dem her... Pong! Haha! Was war das eigentlich? Ich bin einfach runtergesprungen und habe geschossen und dann stand der Pyro da und ich habe ihn durch den Kopf geschossen. Okay. Ähm. Hm. Der wird gleich sterben. Ja. Okay. Schauen wir mal, ob ich mit dem echt mal was reißen kann. Ha. 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 Oh Gott, da ist der zweite Sniper. Äh. Ich glaube, der hat sogar das gleiche... Kostüm wie ich. So sehr leicht. Dem dummen Hut. Dem dummen Hut, den ich anhabe. Haha. Komm her. Komm her. Fuck! Warum musste der... Nein. Ah, komm schon. Äh. Natürlich musste der... Unbedingt... Äh, äh, wir schauen. Nein. Also er musste ubert sein, natürlich. Natürlich musste er uber sein. Warum dauert das Respawn denn hier so ewig lange? What the fuck? Yay. Schön für dich. Schön für dich. Freu dich. Freu dich. Ach, hau doch ab, ey. Boom. Ich weiß nicht, wie ich damit abschießen wollte. Aber das hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Ist er tot? Oh Gott. Oh Gott. Äh. 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 Da. Es dauert ewig. Ich glaube, hier ist der Sniper nicht unbedingt die beste Wahl. Nehmen wir den. Mit dem Original. Okay. Gespawnt. Also, Soldat bin ich eigentlich auch nicht so gut. Ich bin eigentlich gut in Pyro, aber der bringt dir so überhaupt nichts. Okay, der ist tot. Nein, bei Soldat ist es bei mir immer so, ja, schieß einfach und hoffe, dass du was triffst. Alter, der sterb. Wie viele Typen sind da? Hier. Hier ist noch eine Rakete ins Gesicht. Erst mal. Der hat so wenig... Äh. Ja, stimmt. RTD funktioniert hier. Okay. Jetzt wird er mich wahrscheinlich ablenken und kommt gleich hier. Ja. So, wie ich vermutet hab. Okay. Äh. Entschuldigung, dass ich grad nicht kommentiert hab. Ich hab mir so gedacht, äh, da ist ein Typ. Oh nein. Natürlich ist der Uber. Hallo. Wie geht's denn so? Uber Noob. Tod. Wow, fuck. Oh, da war einer mit dem Luftschlag. Was heißt Luftschlag? Ich glaube, was heißt Luftschlag? Genau, in den Urlauben-Team. Practical Problems. Snipe-X. X-Slasher-X. Heavy. Stardust-Sandwich. Luis. Byte-Player ist mich. Bartowicz. Oh, Kubi-Kill. Und Nukula-Bombe. Okay, und das ist auch nur Trademark. Pew. 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 Ah. 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 Ich hasse den Bluteneffekt. Äh, das ist halt so ein Kotzen. Ah. Ah. Kotzen. Okay. Ah. Blööö. Blööööööö. Blöööööööö. Geht's denn los? Nope. What the fuck? Ihr nehmt das Was habt ihr da vorne euch zu verschanzen FV Kann ich das auch? Autopilot Projektile? Wow Ich schieße einfach und es trifft Hier, nehmt das Ihr könnt den nicht ausweichen, die sind Autopilot Oh man, der Effekt ist weg, das war cool Ich dachte jetzt die, die sind einfach so dahin geflogen, wo ich sehen wollte Okay, wir haben noch eineinhalb Minuten, schauen wir mal Ich würde da nicht rausgehen Da ist ein Typ, der total overpowered ist Okay, aber damit Beende ich auch diesen Teil von Team Fortress Und dieses 10 Abonnenten Special Ich hoffe es hat euch gefallen Ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video wieder Ciao Also was Wow Oh, das ist neu Ah